Wo hat Yahudi? Über uns wohnt ein Jude. Wo hast du uns gebracht hin? Zur Jude? Wie ich sehe, hat Ali gute Noten. Er ist ein guter Schüler. Alhamdulallah. Und wo ist das polizeiliche Führungszeugnis? Vor ihm? Nein. Der Junge ist über 14. Laut Gesetz ist er strafmündig. Ich will sehen, was du drauf hast, Kleiner. Weißt du, was man mit so einem Plastik macht? Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Gerade jetzt solltet ihr sehr vorsichtig sein. Los, los! Bleib stehen! Was wollen Sie? Geben Sie dem Jungen eine zweite Chance. Nein! Wieso muss ich immer alles ausbaden? Jonas hat mich so angestiftet. Aber Sie werden uns abschieben! Was machst du? Na, arbeiten! Ich kann auch mal netter zu mir sein. Jetzt denke diese Deutsche, alle Araber sind böse. Und war halt der jüdischste Verbrecher! Du darfst diesen Jungen nicht mehr reinlassen in deine Wohnung. Er ist eine Gefahr! Riesnabel! Selber! Wovon sprichst du? Wir reden von unseren Feinden! Lass zwei Hände zum Arbeiten und nicht Bilder malen! Ich hab Talent! Wer sagt das? Der Freund von oben? Ist gut. Sehr gut. Und die Sache morgen in Ordnung? Das hat er mir versprochen. Und wirst du verstehen, dass diese Jude dich nicht mehr ausladen. Jude! 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 Willst du mich noch von Ihnen schikanieren? Komm hier! Sie sind mir zu alt. Ich?